frisch eingetroffen ist ein BMW M340e Limousine aus dem Jahr 2021. 374 PS, 14.000 gelaufen erst mit M Sport Paket. Gucken wir uns das Fahrzeug einmal an. Ist außen schwarz, hat 19 Zoll Leichtmetallfelgen, was natürlich sehr schön ist. Wir haben hier 12,3 Zoll digitalen Cockpit, Volllederausstattung, ist natürlich unfallfrei, Nachlackierung ist frei, Schiebedach fehlt natürlich auch nicht. Machen wir einen kurzen Soundcheck. Sportabgasanlage hat er auch. Der steht quasi wie neu da. Wir bieten das Fahrzeug für 52.800 Euro an und wenn du das Fahrzeug finanzieren möchtest, arbeiten wir mit der Consors Finanz, der MKG Bank, Santander und der FCA Bank zusammen. Und vielleicht hast du ja ein Fahrzeug, den du gerne abgeben möchtest, den nehmen wir auch gerne als Anzahlung. Habe ich jetzt dein Interesse geweckt, dann sollst du vorbeischauen. них Worte 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 Worte